Bitte, nicht mehr gehen. Ich habe nichts gemacht. Was, bitte? Ich bin nicht der, der es sucht. Weisst du nur nach, wer wir suchen? Wie? Nein, nein, ich weiss von nichts. Was willst du von mir? Bitte, Boss, ich habe nichts gemacht. Lass mich gehen. Weisst du, was mit Verräter wie dir passiert? Ich gebe dir noch eine Chance. Ich frage dich noch einmal. Wo und wem hast du mein Paket verkauft? Was? Ich... Halt, warte! Wähle deine Borde mit Bedacht. Viele hast du nicht zur Verfügung. Okay, ich sage es. Bitte, lass mich... Warum noch einmal? Ich... Stopp! Okay, ich sage alles. Ich sage alles. Er war 20. Blond. Ich habe ihm das ganze Paket für die 20 Riesen vertickt. Und er hat die Bar gezahlt. Ab dann ist er verschwunden. Woher? Wie? Okay, wir haben uns... Wir haben uns an den Wettsteinpupp getroffen. Und es ist... Es ist dunkel gewesen. Ich habe nichts genaueres erkennen. Aber ich glaube, er ist links hochgelaufen. Ja. Bitte, Boss. Lass mich gehen. Ich habe da alles gesagt, was du wissen willst. Du sagst also, es war dunkel? Ja. Du hast nichts weiteres erkennen können. Ja, Boss. Hm. Dann sollte ich dich auch so wohlhören. Bitte, Boss. Ich habe da alles gesagt. Dann erklär mir doch mal, wieso du die Haarfarbe von dem Arschloch kennst. Ähm... Weisst du, was ich gar nicht leiden kann, Jimmy? Leugner. Leugner wie dich. Ich finde den Typ schon selber. Und mit dir... Dich mach... Mach's kurz. Nein, Boss, bitte. Ich weiss nicht davon! Ich... Ich... Ah... Ich... 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 Bitte... Lass mich gehen. Ich habe nichts gemacht. Boss, bitte. Ich bin der, der uns suche jetzt. Weisst du nach wem wir suchen? Wie? Nein, ich weiss von nichts. Was willst du von mir? Der Boss, ich habe nichts gemacht. Bitte, lass mich gehen. Weisst du was mit Verräten wie dir passiert? Ich gebe dir noch eins schon. Ich frage dich noch einmal. Wo hast du wem mein Paket verkauft? Was? Stopp, warte, warte! Will jetzt seine Worte mit Bedacht. Viel hast du nämlich nicht mehr übrig. Okay, ich sage es. Aber bitte lernt mich. Warum nochmal? Ich sage ja alles, ich sage alles. Okay. Er ist mit 20 gewesen. Blond. Ich habe ihm das ganze Paket für 20 Riesen vertickt und er hat die Warte bezahlt und dann ist er verschwunden. Wohin? Wohin? Nein, stopp, stopp, stopp! Ich zeige es ja schon. Wir haben uns unseren Westerbuck getroffen. Es war dunkel. Ich habe es nicht genau gesehen, aber... Ich glaube, du bist dann links zum Westerplatz hochgelaufen. Mhm. Ich weiss nicht weiteres. Bitte, lass mich gehen. Ich habe noch alles gesagt, was du wissen willst. Du sagst... Es war dunkel? Ja. Ja. Du hast nichts genaues erkennen können. Ja. Dann sollten wir dich also gehen lassen. Bitte, Boss. Ich habe da alles gesagt. Dann erklär mir mal, wieso du die Haarfarbe vor dem Arschloch weisst. Ähm... Weisst du, was ich gar nicht leiden kann? Jimmy. Leugner. Leugner mit dich. Ich werde den Typ selber Ausfindung machen. Und dich. Dich werden wir. Mach's kurz. Also carbonية berlimmum machen. Samporär, wir müssen überleué sein. Wie schnell erstening die Erwerf des Vors Мы issimo und balloonstreck. Keinfeld. Remember zu zweit! Wir nehmen die Zeit. Wir nehmen die Zeit elهrelation zu引zeln. Jolli im Nachbierende haben. Wir nehmen die Zeit. Wir nehmen die Zeit. Ötste Zeit. ARD Text im Auftrag von Funk Bitte, lass mich gehen. Ich habe nichts gemacht. Was? Bitte. Ich bin nicht der, der ihr sucht. Weisst du, nach wer wir suchen? Wie? Nein, nein. Ich weiss nichts. Was willst du schon mehr? Ich habe nichts gemacht. Bitte lass mich gehen. Weisst du was mit Verräten wie dir passiert? Ich gebe dir noch eine Chance. Ich frage dich noch einmal. Wo und wem hast du mein Paket verkauft? Boss! Ich, ich... Stopp Bart! Wähle deine Worte jetzt mit Bedacht. Phil, stehen dir nämlich nicht mehr zur Verfügung. Okay, ich sag's. Aber wieder das... Warum nochmal? Ich... Okay, okay, ich sag's. Also, er ist... Er ist Mitte 20... Und... Ich habe ihm das Paket für 20 Riesen vertickt. Er hat ein paar gezahlt und ist gegangen. Woher? Wie? Stopp, stopp! Wir haben uns unter der Weststädtburg getroffen. Und... Es ist dunkel gewesen. Ich habe es nicht genau gesehen. Ich glaube, er ist links hochgelaufen. Mhm. Weiter, Boss. Ich weiss, wie weiters. Lass mich gehen. Ich habe dir alles gesagt, was du wissen willst. Du hast gesagt, es war dunkel. Ja. Du hättest nichts Genaues erkennen können. Ja, Boss. Ja, dann sollten wir dich einfach gehen lassen, oder? Ja, Boss. Ich habe dir alles gesagt. Dann erklär mir mal, wieso du die Torfarbe von dem Arschloch weisst. Ähm... Weisst du, was ich gar nicht leiden kann, Jimmy? Leugner. Leugner wie dich. Ich werde den Typ selber Ausfindung machen. Und dich... Mach's kurz. Weiter, Boss. Ich weiss nicht, ich weiss nicht... Sch... ... ... ... Okay. Untertitelung. BR 2018